Ja Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem unglaublich kreativen Format mit diesem unglaublich hässlichen Menschen der Welt. Mit dabei bin ich heute. Ich, Lukas, ich wollte mich gerade das erste Mal selber dissen, aber okay, lass mich versaut. Lukas, du bist ein fettes und hässliches Stück Sch***e. Was geht ab, Leute? Wir haben heute wieder extrem starke YouTube-Kacke. Unter anderem ist endlich, nach Jahren des Wartens, YouTube-Kacke von Sostrator wieder rausgekommen. Und zwar Gefragt, Gekackt, Teil 6. Und Leute, das ist wirklich die Creme de la Creme der YouTube-Kacke, ja. Sie hat Unge zum Lachen gebracht. Angela Merkel hat sich weggekickt, glaube ich. Und alle Leute rasten dort aus. Und ich würde sagen, Leute, jetzt ist es Zeit für Gefragt, Gekackt. Ja, ich bin auch dabei. Hi. Ähm, wer bist du? Hä, wie bist du in meinen Channel gekommen oder was? Ja, komm dann. Ich nehme ihn einfach mal mit. Lukas, du kannst auch mitmachen. Alles gut. Ah, nett von dir, danke. Okay, fangen wir einfach an mit Gefragt, Gekackt von Sostrator. Oh mein Gott, bitte. Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Auf geht's, Mann. Ich warte immer noch auf eine vernünftige YouTube-Kacke von mir, aber scheinbar bin ich nicht relevant genug, naja. Hey Leute, Leute, Leute. Und willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade am Elbstrand in Veganenburg hinter uns. Äh, Schwimmchen. Hinter uns. Hinter uns. Ah. Hinter uns. Der Spiel ist ein letztes Scheisscheuen. Falls ihr euch dafür interessiert für dieses Selbst in der Natur-Schauspiel. Hättet euch mal ein. Äh, heute geht's um das Thema Rauchprodukte und das Kanad-Trend. Äh, Simon, was ist mit dir los? Äh, umstrukturiert und sehr wahrscheinlich Rauchprodukte aus der Ernährungspyramide rauswirken. Obst, Gemüse und pflanzliches Protein und so weiter. Warum erwähne ich das hier? In allen Kanad-Trend-Foren und unter anderem bei Peter heißt die Überschrift Europa. Wirft Kanad-Trend aus Deutschland und genau... Äh, Simon? Äh, äh... Sollte Deutschland sein, Pflanzt sich dann auch kein tierisches. Aber in Deutschland sieht die Ernährungspyramide folgendermaßen aus. Okay, mach ich alles für eure Sachen. Ich bin mir nicht in den Bauch. Ja, ey. Er ist einfach... Er ist Kaka-Loll. Er ist Kaka-Loll. Neben Fisch steht in der Spalte Fisch-K-Fisch. Milch und Milchprodukte mindestens zweimal täglich. Wenn ihr mindestens zweimal täglich Milch und Milchprodukte esst, dann macht ihr euch schwul und die Trämes schwul sind der absolute Horror. Äh... Äh, Simon, ich glaub nicht, also, äh... Ich möchte nur ein veganes Deutschland, ähm, keine Veganer. Keine Veganer. Ja, da streicht nämlich also Heilung Gift. Raus, Milch ist ein gesundes und gutes Lebensmittel und Rauchen ist Gift. Ja, hat Simon recht. Kann man, kann man nicht widersprechen. Ihr könnt heute aufhören mit Kaka-Lan. Der Körper ist, der Körper ist wahnsinnig scheiße. Äh, Kaka-Lan wird zweimal täglich empfohlen. Und in Kanada wird Kaka-Lan komplett gestrichen. Gacken, kacken wir. Äh, ich möchte nur versuchen, euch zu fiechieren. Geht einfach auf YouTube an. Lammertier, gefiechtet. Äh... Raus. Der Hund. Schlichen schönen Tag. Hä? Ja, hier nochmal der Masse. Die Ehre, mit euch diese Reise des Wahnsinns zu beschreiten. Ja, das YouTube-Kacke war Game Over. Lukas dabei gewesen ist. Ja. Aber, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bitte, macht diese gottverdammte YouTube-Kacke von A Wife und mir. Bitte nehmt uns auseinander. Macht uns fertig. Ihr könnt sämtliche meiner Videos, ich stelle es euch jetzt frei zur Verfügung, dafür nutzen. Macht was draus. Macht was draus, Leute. Damit wir nicht eventuell irgendwann einen Copyright-Claim bekommen. Ich werde euch auf jeden Fall dafür nicht claimen oder sowas oder striken. Bitte nutzt meine Videos und macht daraus YouTube-Kacke. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut nicht bei Wife vorbei. Der ist fett und hässlich. Ha da rein. Ich bin nicht mehr fett, Junge. Egal, haut rein. Und noch. Ich bin nicht mehr fett und 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 ich bin nicht mehr